I don't deny this is a strange evolutionary process, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working on this is evidence of that. Wir haben eine Welt, das Klima zu zerstören, wenn wir haben. Eine Welt, das Klima zu zerstören, wenn wir haben. Eine Welt, in der Abertausende für den Wohlstand einiger weniger leiden müssen. Und deshalb stehen wir heute hier, statt im Unterricht zu sitzen. Ich streike, weil meine Zukunft wichtig ist und ich ein Zeichen setzen möchte. Wir streiken, weil wir nur zusammen was erreichen können. Wir dürfen die zwei Gradplätze nicht überstreiten. Ich streike, weil ich möchte, dass meine Kinder eine schöne Zukunft haben. Ich demonstriere, weil uns Kindern von klein auf selbst im Kindergarten beigebracht wird. Dass wir auf unsere Umwelt und auf Pflanzen und auf Tiere und auf alles achten sollen. Und genau das ist das, was die Erwachsenen nicht schaffen. Wir streiken, weil wir nicht aufgeben. In der Schule wird mir immer gesagt, warum geht man demonstrieren für das Klima? Das bringt doch eh nichts. Aber was bringt es in der Schule sitzen zu bleiben und überhaupt nichts zu tun? Das ist das Klima zu zerstören! Das Klima zu zerstören, ihr habt kein Recht! Das Klima zu zerstören, ihr habt kein Recht! Ich bin heute hier, weil ich meine Kinder begleite, die noch sehr klein sind, 10 und 13. Und weil ich möchte, dass die sensibilisiert werden für den Klimaschutz und das, was sie dafür tun können. Weil meine Tochter nicht teilnehmen kann, weil ihr von der Schulleitung untersagt wurde, an der Demonstration teilzunehmen. Und deswegen, weil ich das Anliegen auch für wichtig halte, weil ich denke, es muss sofort gehandelt werden. Deswegen bin ich heute gewissermaßen stellvertretend für meine Tochter hier auf dieser Demonstration. Ja, ich bin hier, weil ich mich solidarisieren möchte mit den Schülern und Schülerinnen, die seit Wochen auf die Straße gehen für politische Veränderung in Richtung einer Politik, die der Klimaveränderung gerecht wird. Ja, als Lehrerin finde ich wichtig hier zu sein, weil in letzter Zeit von Seiten der Schule häufig oder der Bezirksregierung, der Lehrer, darüber diskutiert worden ist, ob sie zur Schulzeit auch demonstrieren können. Und ich möchte zeigen als Lehrerin, dass ich es toll finde, dass sie sich überhaupt dafür engagieren. Und es ist für mich klar, dass sie diese Uhrzeit nehmen, weil dadurch sind sie in die Öffentlichkeit gekommen. Und ich möchte sagen, dass sie das.